München, Fritz Wepper, wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Der um Himmels Willen Star hat deshalb bereits vor einiger Zeit seine Beerdigung geplant. Fritz Wepper, 82, sein letzter Ruheplatz soll das Familiengrab werden. Es sind traurige Nachrichten, die am Montag, 25. März 2024, die Runde machen. Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in seiner Heimat Oberbayern verstorben. Das bestätigt seine Ehefrau Susanne Kellermann, 49, gegenüber Bild. Fritz ist friedlich eingeschlafen, teilt sie in einem kurzen Statement mit. Dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat, wusste der um Himmels Willen Star. Er hat deshalb Vorkehrungen getroffen und sich bereits vor einiger Zeit um seine Beerdigung gekümmert. So schreibt der Schauspieler in seinem Buch ein ewiger Augenblick. Mein letzter Ruheplatz steht schon lange fest. Es ist unser Familiengrab auf dem Winterfriedhof in München-Neuhausen. Ein Testament habe ich gemacht. Alle mir wichtigen Menschen sind bedacht. Fritz Wepper möchte in seinem geliebten Kimono beerdigt werden. In der TV-Doku Mein Fritz, ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper, die im vergangenen Sommer im BR ausgestrahlt wurde, erzählt Fritz Wepper zudem, dass er genaue Vorstellungen von seiner Beerdigung hat. Beerdigt werden möchte ich in meinem schwarzen Kimono, den ich zum Meditieren trage. Am Handgelenk möchte ich ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen tragen. Beides Symbole des Loslassens. Nun ist Fritz Wepper gestorben, nur wenige Monate nach dem Tod seines geliebten Bruders Elmar Wepper, 79. Offizielle Informationen zu seiner Beerdigung gibt es noch nicht. Allerdings kann wohl davon ausgegangen werden, dass er im engen Familien- und Freundeskreis beerdigt wird. Neben seiner Ehefrau Susanne Kellermann hinterlässt der um Himmels Willen Star auch die gemeinsame Tochter Philippa, 12, sowie Tochter Sophie, 42, aus einer früheren Beziehung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! !